so team aqua also wasser pfiffchen das ist ein wasser pokémon hey level 9 da muss ich die pokémon zuerst mal wechseln wieso hat der ein pokémon level 9 meine zuerst level 5 dafür kann ich fund und er nur teckel und ich mache volltreffer und er nur teckel ich mag es wenn mein pokémon seine bären nimmt besiegt und damit ist ein gag aber jetzt wohl er wird sehen du hast mich geleimt du bist stark hier lokus gewinnt 180 pokémon du hast vielleicht nerven dich mit team aqua anzulegen los kämpfen wir noch einmal das würde ich jetzt gerne sagen aber ich habe keine pokémon mehr außerdem sind wir team aqua auf dem weg nach meteros city für heute lasse ich dich gehen das war aber mehr als knapp danke dank dir konnten mir diese wichtigen papiere nicht rauben ich weiß ich gebe dir diesen superball als dankeschön superball erhalten lokus packt superball in die balltasche hat dieser schuf von team aqua nicht gesagt dass sie irgendwann etwas in meteros city erledigen wollen das ist ein notfall ich darf keine zeit verlieren warum ich habe ein superball erhalten hey du geht es deinen pokémon gut wenn deine pokémon schwach sind und zu kämpfen vermeiden willst solltest du dich von hohem gras verhalten und ich sehe ich muss wieder abbrechen oder ich werde dieses video einfach noch ein bisschen länger spielen dann zwei parts teilen weil ich sehe ich habe jetzt schon elf minuten das heißt ich müsste sowieso einen zweiten part anfangen und dann spiele ich jetzt einfach ein bisschen länger pokémon nein ich bin so doof pokémon so wenn du mir zur schule bringt bist du sofort beliebt ja weil jeder käfer pokémon liebt eine spinne die ist wirklich sehr beliebt bei tier bei vor allem bei mädchen ja wieso ist aqua klar sehr beliebt bei einem käfer naja oh mein gott er sagt mein blut aus es ist keine spinne es ist eine zecke ok das ist es nicht wirklich ein einfach nach wert aber was muss das muss in kader wurde besiegt people 82 e punkte cool dann werde ich jetzt mal auf level 6 aufsteigen mit meinem piep und mein piep wird dann auch irgendwann fliegen erlernen und filmen und mich überall hin bringen das weiß ich jetzt schon außer ich werde es austauschen weil es so scheiße ist das ist sehr effektiv ja 6 bitte neue attacke land nein schade gernot wer heißt gernot wenn ich verliere kann ich nicht beliebt werden ja so ist das es hat schon ein loser ein pokémon der wird soweit ich weiß die attacken meiner pokémon okay okay ja ihr wisst jetzt ich kenne die melodie aqua knar giftstachel oh mein gott nein 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 nicht vergiftet dafür wirst du sterben tot ist ab und schaffe ich auch schade da ist der ausgang los hier bitte schaffe ich nein ich werde jetzt heilen also ah das ist doch jawohl selbst heilung bei vergiftung okay piep ich bin halt ein guter trainer hier sind bären zwei sinne bären möchtest du die sinne bären pflücken ja nur lokus pflückt die zwei sinne bären ja pflücken wir die arena wären auch noch so gehen wir in dieses haus da bekommen wir nämlich was und zwar blumen ja dies ist der flütenraum blumenladen blüten traum blumenladen verwandelt die welt in ein blumenmeer wie heißt du lokus das ist aber ein hübscher name möchtest du etwas über bären lernen nein blumen erfreuen jedes herz nicht wahr ja hallo je mehr du dich um die blumen kümmerst desto schöner werden sie blühen auch du hast blumen gerne das weiß ich genau das ist für dich ja also die weimar kanne die packe ich in die basisystem tasche nachdem du die bären eingepflanzt hast musst du sie mit der weimar kanne wässern oh und noch etwas wenn die bären nicht gepflückt werden fallen sie zu boden aber sie werden wieder nachwachsen ist das nicht unglaublich es ist als irgendwas ich hab's aus versehen weggedrückt aber egal gehen wir weiter also ich könnte jetzt hier theoretisch neue blumen einpflanzen oh natürlich nehme ich die herausforderung an ich habe eine menge geld was für eine schöne ansage ich nehme ihre herausforderung an denn ich habe geld BÄM René bestimmt nochmal ja Level 7 geht ja los piep piep ihn zu aqua knarre es hat eine sinelbeere es hat eine sinelbeere ha ha damit hast du nicht gerechnet du scheiß zick zack bitte überlebe es piep ah perfekt meine pokémon hören auf mich neue attacke ha sie hören wirklich auf mich oh super schall das ist mal eine nützliche attacke warum konnte ich nicht gewinnen weil du scheiße bist aber der hat viel geld das stimmt nein soll ich oder soll ich nicht okay natürlich kämpfe ich Arschloch Arschloch oh ein Loturzel ah das ist das pokémon das texadas 490 jolokus genannt hat als er es gefangen hat ho es sieht quietsche entchen überm kopf es hat sich vor jawoll BÄM Mist das bringt aber nichts ich muss das pokémon wechseln weil eine wasserattacke bei einem pflanzen pokémon nicht sonderlich viel bringt aber wieso nicht mehr verwirrt Autsch Autsch Meine Ohren wechseln wir das pokémon mal nicht und machen direkt mit Geck Auber weiter damit wir diese scheiß Viecher totkriegen Absorber den kann ich auch aber den mach ich nicht weil der unnötig ist das war ein volldrempfer sie hat mir zwei lebenspunkte abgezogen ihr merkt schon diese attacke ist sehr unnötig bei pflanzen pokémon Mann oh Mann oh Mann 82 E-Punkte Oh schon nochmal so knapp vorm Level ab sie hätte nicht gegen mich kämpfen sollen da hat sie recht sie ist halt doch nur du sagen okay dafür brauche ich zerschneider oh mein Gott wir sind Zwillinge und kämpfen auch mit unseren pokémon zusammen aber diesen kampf seht ihr in meinem nächsten video da ich jetzt beenden muss bis zum nächsten mal da 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 Ja.